Guten Abend, Herr Günther Prechtauer, Schwarzenfeld. Fünfter Platz. Fitnessstudio Maradena ist Dortmund, Arthur Dabbeck, Stadte 53. Der vierte Platz geht nach Berlin, Cidaya Basay, die Schmiede. Der vierte Platz, nach Hessen, nach Giesel von der Glocks Fitnesswelt, Yfraim Emin, Stadte 53. Zweiter Platz und Deutscher Vizemeister, Hauptbeck-Gymains-Mombach, Florian Zahnfriede. Sieger und Neuer Deutscher Meister in der Klasse 2, er kommt vom Pala-Haus Ludwigsburg, Hülern, Peking. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.